Hallo und herzlich Willkommen. Wir sind heute hier am Magdalensberg mitten in Kärnten, einer der schönsten Aussichtsberge in Kärnten, wo die Familie Skorian seit mehreren Generationen ein Ausflugsgasthaus betreibt und den Hotelbetrieb im letzten Jahr massiv ausgebaut hat und wirklich ein sehr, sehr schönes Ambiente geschaffen hat, das wir uns heute im Detail ansehen werden. Ja, hallo Heike, vielen Dank, dass wir heute bei euch sein dürfen im Gipfelressort Magdalensberg an der schönsten Plätze in ganz Kärnten, wo ihr ein tolles Kostas und ein ganz tolles Hotel habt. Vielleicht erzählst du uns ein bisschen was über die Geschichte von eurem Haus. Das Gipfelressort Magdalensberg ist seit 1856 in unserem Besitz. Gestartet haben wir ganz klein, es war eine Zuhube vom Käfenhüller, wo man halt einfach Getränke konsumiert hat, eigentlich eine Schutzhütte. Meine Eltern haben das dann im Jahre 1988 groß neu gebaut und jetzt, im 2019, haben wir den nächsten Schritt gesetzt. 2019 habt ihr ja mit einem sehr großen und tollen Umbau begonnen. Was habt ihr alles gemacht? Wie ist die Planungsphase verlaufen und wie präsentiert sich euer Haus heute? Also wir haben jahrelang geplant und gekämpft, um wirklich dann groß durchstarten zu können und 2019 ist es dann soweit gewesen. Wir haben einen neuen Zimmertrakt dazu gebaut. Das ist auf zwei Ebenen in den Hang hinein integriert. Dort haben wir 16 schöne neue Doppelzimmer und vier Themensuites mit eigenem Wellnessbereich gebaut. Wir haben aber zusätzlich noch einen neuen Hochzeitssaal dazu bekommen. Wir haben eine Rezeption mit Foyer, mit Buffet und dann, was auch sehr wichtig ist, einen schönen Wellnessbereich mit vier Saunen, Ruheräume, mit einem großen Außenjacuzzi, einen Schwimmteich und noch vieles mehr getätigt. Ihr seid schon seit vielen Jahren Gott sei Dank unsere sehr treue Stammkunden von uns und auch für das neue Projekt durften wir mit euch zusammenarbeiten. Wieso habt ihr euch für uns entschieden und wie ist die Zusammenarbeit gelaufen für den Umbau? Also für uns gibt es mehrere Kriterien, die erfüllt werden müssen und die hat die Firma Schranz alle erfüllt. Einerseits die Qualität der Produkte, andererseits aber auch die Zuverlässigkeit bei der Lieferung und bei der Nachbearbeitung, aber auch die Qualität der Außendienstmitarbeiter, hier vor allem die wirklich tolle Beratung. Und was auch wichtig ist für uns als Familienbetrieb, dass es sich um ein regionales Unternehmen handelt. Und die Firma Schranz ist ja so wie wir ein Traditionsbetrieb, der schon über Generationen aufgebaut worden ist. Und ich glaube, das sind alles diese Dinge, was dazu geführt haben, dass wir jetzt schon jahrzehntelang Kunden und Treukunden von der Firma Schranz sind. Ja Hecke, vielen Dank. Dann würde ich sagen, schauen wir uns jetzt ein bisschen um, was alles passiert ist bei euch im Haus. Wir sind jetzt in einem der neuen Zimmer hier am Magdalensberg in der Wellness Suite, wo wir alle Produkte unseres textilen Spektrums liefern durften. Wir haben hier Vorhänge geliefert, Dekorteile, Voals, die Frotteewäsche, die Bettwäsche, alle Zierelemente auf den Betten, Zierkissen, Bettläufer, passend zum Farbkonzept der Suite. Und das Ergebnis lässt sich wirklich sehen. Ein sehr schönes Zimmer, in dem sich die Gäste rundum wohl fühlen. Wir sind jetzt hier noch in der Zierbensuite, auch eines der neuen Zimmer hier im Gipfelhaus Magdalensberg, wo wir bei den Materialien zwar gleich geblieben sind, aber mit einer neuen Farbe einen frischen und angenehmen Kontrast zu den Zierben in diesem Zimmer schaffen konnten. Bieter, Bieter, Bieter. 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 Bieter.